So Leute, was geht's? Blatt ist mal wieder am Start mit einem neuen Umfrager-Video. Oh mein Gott, die kommen ja fast nie im Leben, deshalb kommt wieder eins. Ne, ähm, im Moment weiß ich nicht so, was ich let's playen soll, denn ich weiß nicht, wo ich gerade stehe. Also ich bin, ich hatte letztes Jahr fast nur Pokémon gezockt, also ich glaube Pokémon Gelb war da, Pokémon Omega Rubin mache ich immer noch. Pokémon Rubin normal und, äh, keine Ahnung, ich glaube das waren auch die Projekte, die ich größtenteils gemacht hatte. Nebenbei hatte ich dann auch Yu-Gi-Oh gemacht und ein bisschen Final Fantasy und das hast du nicht gesehen. Ähm, und wisst ihr Bescheid. Ich möchte jetzt von euch wissen, was ihr gerne so sehen möchtet. Ich hab momentan voll Bock auf so ein Mario-Spiel. Also als Idee hätte ich jetzt so Super Mario 3D Land oder 3D Land, wie es die Amis sagen würden. Aha, und, äh, oder was anderes, irgend so ein anderes Mario-Spiel, äh, New Super Mario Bros, Snickers oder irgendein anderes Mario-Spiel. Keine Ahnung, ihr könnt mir da auch gerne Vorschläge in den Kommentaren schreiben, denn ich hab irgendwie grad voll Bock auf Mario. Und falls ihr auch Bock habt auf Mario mit Bladius, dann könnt ihr es mir gerne in den Comic schreiben. Dann werde ich eins machen, denn ich hab grad Bock zu. Also könnten da eventuell sehr viele Parts kommen und vor allem regelmäßig. Ähm, falls ihr was anderes wollt, ist das auch ziemlich okay. Ihr müsst mir halt nur schreiben, was ihr gerne so sehen wollt. Also guckt am besten, dass ihr euch mit den anderen Leuten dann eins werdet. So findet einen gemeinsamen Nenner. Sucht einfach irgendein Spiel und, äh, oder einfach einen Genre. Genre klingt voll französisch. Auf jeden Fall, irgendetwas. Entweder so, ja, macht ein Horrorspiel, macht ein Rollenspiel, macht diesen, das. Und ihr könnt auch dann gerne wirklich so ein, ja, Spiel da noch vorschlagen. Nicht nur das Genre, auch so ein Spiel dazu am besten. Ja, und guckt einfach, bevor ihr überhaupt was schreibt, guckt mal in den Kommis, ob irgendwelche Leute schon was gepostet haben. Und, äh, vielleicht haben die das gleiche wie ihr. Und dann könnt ihr einfach sagen, ja, ich stimme denen dazu. Du solltest dies und das machen. Und, äh, ja, ich werde dann gucken, was die meiste Resonanz hat. Und vielleicht werde ich dann dieses Spiel sogar let's playen, ja. Denn ich glaube, die meisten haben nicht mehr wirklich so Bock auf Pokémon. Ich meine, ständig Pokémon wird auch, wird auch ein bisschen langweilig, oder? Ich meine, man muss das schon ein bisschen abwechseln. Und ich glaube, bei mir wird es mal wieder Zeit, dass ich was anderes spiele außer Pokémon. Und ich hätte wirklich Bock auf Mario-Action oder Zelda-Action oder auf Hitler-Action. Ne, auf Hitler-Action habe ich immer Bock. Deshalb macht das keinen Sinn. Ähm, ja, Leute. Schlagt mir irgendwas vor. Schlagt am besten nicht mich, sondern irgendein Spiel vor. Das würde Sinn machen. Ähm, ja, ich werde mir dann eure Kommentare angucken. Und, äh, ja, wahrscheinlich nächsten Monat. Äh, nächsten Monat. Pfff. Nächsten Montag könnte dann eventuell ein Let's Play kommen. Abhängig davon, was, äh, hier so, hierbei rauskommen wird, ja. Was mich sehr freuen würde, wäre natürlich, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet, damit die anderen Menschen es auch sehen. Denn, desto mehr Menschen dieses Video erreicht, desto besser ist es. Und, äh, was gibt es noch? Äh, äh, liken. Äh, favorisieren finde ich jetzt nicht so cool. Ähm, nee, verbreitet es irgendwie anders. Also, falls ihr... Äh, nee, verbreitet es am besten gar nicht. Nur, nur, falls ihr Leute kennt, die meine Videos auch wirklich gucken, sagt denen Bescheid, ey, Bruder, der Bladi macht gerade so eine Umfragebeischt. Geh mal so auf, ähm, lass einen Kommi da. Und dann bist du ganz, ganz cool. Dann kannst du was kaufen und dann bist du YOLO. So, ja, ähm, würde mich auf jeden Fall über Unterstützung von euch freuen, denn ihr seid ja meine coolen Supporter und hast du nicht gesehen. Ähm, und wisst ihr Bescheid. Ich glaube, ich laber schon viel zu sehr. Ich über schon, über vier Minuten, wie ich das hier gerade erkennen kann, glaube ich. Oder diese auch in der Minute, scheißt mich gerade an, ich weiß nicht. Leute, ich laber umher. Ich sage Tschüss, ich bedanke mich fürs Zusehen. Man sieht sich in einem Video. Euer Bladius.